Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Zweiter Tag, zweites Video, ihr seht es, ich bin wieder da. Es gibt ein Thema, worüber ich heute unbedingt sprechen möchte, was ich eigentlich gestern schon mit reinnehmen wollte, aber das Video wäre locker eine halbe Stunde gegangen, das war mir zu lange, deshalb separat das Ganze. Vielleicht haben es einige gesehen oder mitbekommen, Activision hat etwas komplett Neues integriert in die Call of Duty Welt. Gerade für Content Creator und auch für kleine und große von euch ist das interessant. Und zwar gibt es ja, wie ihr wisst, seit Jahren in Fortnite einen Creator Code. Das heißt, ihr könnt einen Creator unterstützen, indem ihr seinen Code eingebt, also Montana Black zum Beispiel bei Fortnite, wenn ihr euch da Items kauft oder einen Skin oder einen Battle Pass oder sonstiges. Und das gab es exklusiv in Fortnite relativ lange, dann sind einige andere jetzt irgendwie mit auf den Zug aufgesprungen und Activision ist eigentlich so der größte Spielekonzern, der das bisher nicht gemacht hat. Und es gibt verschiedene Gründe, warum das mega ist und vor allen Dingen für kleine YouTuber, also wirklich kleine, absolut hilfreich. Ich werde euch jetzt gleich erklären, warum das für kleine hilfreich ist und nochmal ein bisschen beleuchten. Auf jeden Fall ist es so, dass seit gestern bzw. vorgestern, aktuell nur wenige, es ist so eine Beta-Testphase von Activision, wenige Creator diesen Code für sich bekommen haben. Ich weiß, dass Drifter einen bekommen hat, ich weiß, dass Scamp einen bekommen hat. Es gibt noch drei, vier andere in den USA, Noah Jay, der auch diesen Easter Egg Hunt gemacht hat. Also es gibt ein paar Creator, die diesen Code bekommen haben und die erhalten für alles, was man in COD kauft, also ein Battle Pass, ein Skin, eine Waffe, sonst was, 5% von dem, was ihr bezahlt. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel für 24 Euro oder 2400 Code Points dieses irgendwas Großes in Modern Warfare kauft, bekommen die davon, 10% sind dann eben 2,40 Euro, also die Hälfte 1,20 Euro, kriegen die dann davon, wenn 24 Euro sozusagen ausgegeben werden. Und wenn man ein paar hundert, ein paar tausend Subs oder Follower hat, auf YouTube, auf Twitch, sonst wo, dann kann das schon einen Unterschied machen und ist eine Einnahmequelle, die echt interessant ist. Denkt nur daran, dass man gerade jetzt, wenn das neue COD rauskommt, ja auf jeden Fall den Battle Pass wiederkauft, was jeweils ein Zehner ist. Und deshalb finde ich das sehr, sehr cool, dass es die Möglichkeit endlich gibt. Und ich glaube, dass diesen Supporter-Creator-Code auch demnächst für kleinere YouTuber mit reinbringen. Und gerade für kleinere Content-Creator, die vielleicht so an der Grenze sind zwischen, mache ich YouTube noch aus Freizeit oder möchte ich das eigentlich Vollzeit machen, vielleicht noch besseren Content kreieren, aber ich habe einfach nicht die Zeit dafür. Und die Einnahmen mit 10, 20, 30, 50.000 Subs lohnen sich dann einfach nicht so wirklich, dass man sagt, ich kann meinen Fulltime-Job aufgeben oder meinen Teilzeit-Job oder was man auch nebenbei macht. Und ein bestes Beispiel ist, sagen wir, ein kleiner Creator, der 1.000 Abonnenten hat. Und sagen wir, der kann ein bisschen Werbung schalten. Ihr kriegt pro 1.000 Aufrufe ungefähr 3,50 Dollar von YouTube für euer Ad-Revenue bei 1.000 Aufrufen. Aber nur, wenn diese 1.000 Aufrufe alle die Werbung geguckt haben, die in den Videos ist. Von 1.000 Leuten, die gucken, haben 60% einen Ad-Blocker. Das heißt, es bleiben nur noch 400 Leute übrig, die das Ganze sehen können. Von den 400 gucken aber nicht alle 400 das Video zu Ende, sondern gucken vielleicht nur die Hälfte und überskippen ein bisschen. Das heißt, es sind nur noch 200 übrig, die euer Video gucken und auf die Werbung sozusagen irgendwie mit draufklicken. Von den 200 habt ihr jetzt aber auch noch durch YouTube das Problem, dass nicht alle automatisch Werbung bekommen. Sagen wir, es bleiben von 1.000 Leuten, die ihr guckt haben nachher, 100 Leute übrig von eurer Community, die euer Video sehen und die Werbung vor sich sehen. 100 Aufrufe auf der Werbung sind ungefähr 30 Cent. Und für ein Video braucht man, je nachdem wie man es macht, zwischen 1,5 bis 5, 6 Stunden. Also 30 Cent, Stundenlohn für 1,5 Stunden, könnt ihr euch runterrechnen, ist ziemlich hart. Wenn ihr jetzt aber einen Support, den Creator Code habt und ein kleiner YouTuber seid und ihr habt aber 1.000 Abonnenten, wovon 200 euch wirklich cool finden und nur 100 von diesen, die euch richtig cool finden, kaufen sich irgendwas bei Call of Duty Modern Warfare oder Black Ops Cold War oder sonst wo und geben euren Code ein, bekommt ihr ein relativ festes und gutes Einkommen. Denn wenn die alle in 10er ausgeben, bekommt ihr 50 Cent. Wenn das 100 Leute machen, dann habt ihr 50 Euro. Somit, so viel braucht ihr, so viel verdient ihr eigentlich nur, wenn ihr unglaublich viele Videos macht und Werbung und vielleicht Streams und Donations und alles mögliche. Das heißt, für kleine YouTuber ist der Supporting Creator Code in Call of Duty eine mega Möglichkeit, ein bisschen mehr Einnahmen zu machen und ein bisschen mehr in Richtung Fulltime Content Creator zu gehen. Für größere YouTuber hat das Ganze auch einen Vorteil. Natürlich verdienen die durch eine riesige Fanbase natürlich auch noch richtig viel Geld dadurch. Leute wie Scumpt mit 7.000 Twitch Subs, der, wenn der Pro Competitive CDL aufgeben würde, wahrscheinlich 50.000 Twitch Subs hätte, weil er hinter Streamen könnte. Oder Montana Black oder Dr. Disrespect oder sonst wer. Leute, die einfach eine riesengroße Fanbase haben, die können damit natürlich noch deutlich mehr verdienen. Die sind aber noch mehr daran gelegen nachher, dass sie wirklich dafür sorgen, dass auch die Community von denen das Spiel mag. Das heißt, gerade größere YouTuber haben meiner Meinung nach einen gewissen Einfluss darauf, wie COD-Spiele sich entwickeln, weil Activision natürlich weiß, dass viele große YouTuber eine große, mittlerweile in der heutigen Zeit eine große Base hinter sich haben von Leuten, die das Spiel dann einfach spielen. Und wenn die YouTuber sich da hinstellen und sagen, das Spiel ist absolut schlecht. Das hat man damals von Brechbox 4 gesehen. Da haben viele große YouTuber gesagt, das ist echt nicht gut. Und die Spielerzahlen waren sehr, sehr niedrig relativ schnell. Das heißt, Content Creator, Influencer, egal wie es Social Media ihr nehmt, haben einen gewissen Einfluss auf die Community. Und dementsprechend auch einen gewissen Einfluss auf die Spielehersteller. Ob das Activision ist, ob das jetzt die Entwickler sind, wie Treyarch, Slashhammer, Infinity Ward, Beanox, Raven, ist egal wo. Die haben einen Einfluss und gerade die sind mit dem Support der Creator Code absolut darauf angewiesen, dass das Spiel so gut wie möglich wird. Das Problem ist, Drifter hat das gestern im Video auch einmal erwählt. Ich werde es auch verlinken, falls ihr das Ganze auf Englisch mit seiner Perspektive einmal sehen wollt. Drifter ist ja einer der größten amerikanischen YouTuber und für mich auch einer der besten, um ehrlich zu sein. Der weiß über alle Waffen Bescheid, über alle Stats Bescheid. Der kümmert sich um so viel im Hintergrund auch und sieht die Sache auch manchmal kritisch. Genauso wie Exclusive Ace, der leider keinen Code hat. Den würde ich damit unterstützen, wenn ich denn mal im neuen COD was kaufe. In Modern Warfare wird das nicht passieren. Auf jeden Fall gibt es natürlich das Problem, dass wenn Activision und die großen YouTuber eine enge Verbindung zueinander haben, gerade weil die vollen Länder profitieren, dann kann man natürlich schon davon ausgehen, dass die YouTuber ein Problem damit bekommen, Activision deutlich zu kritisieren. Denn die sind ja dann eigentlich in einem Abhängigkeitsverhältnis. Wenn ein großer YouTuber mit einer Million Abonnenten und jeder Zehnte nimmt den Creator-Code und gibt den ein, dann könnt ihr euch ausrechnen, Zehntel von einer Million sind 100.000 Leute, die euch, egal ob mit 50 Cent, 1 Euro monatlich teilweise unterstützen. Das sind unglaubliche Summen, die da zusammenkommen nachher. Und deshalb habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass Activision damit auch versucht, unter anderem ein bisschen die Content-Creator auf ihre Seite zu ziehen, so dass da die Berichterstattung gerade von Leuten bedürft, da ist Lucif Ace, die auch sehr kritisch mit Activision umgehen, mit den Marktentscheidungen und mit allem, was dazugehört, dass die sich da so ein bisschen die Liebe kaufen wollen, in Anführungsstrichen. Da muss man ein bisschen abwarten, wie sich das jetzt noch entwickelt. Ich bin auch gespannt, wer jetzt noch einen Creator-Code bekommt, was man am Ende dafür tun muss. Ich glaube nicht, dass jeder Einzelne, der einen Creator-Code haben möchte, einen bekommt. Ich vermute, es wird irgendwann so eine gewisse Grenze geben, was man erreichen muss. Das heißt, vielleicht auf Social Media, also YouTube und Twitch zusammen, 5.000 Abonnenten oder 10.000 oder 20.000, irgendwie sowas. Aber gerade für kleinere YouTuber ist das eine super Möglichkeit, etwas Geld dazu zu verdienen. Das heißt, auch für euch bedeutet das, solltet ihr einen Lieblings-YouTuber haben, der relativ groß ist. Ihr könnt ja einschätzen, was groß ist. Also ab einer halben Million Abonnenten, würde ich jetzt mal sagen. Dann guckt unbedingt, ob es für den Creator-Code gibt. Vielleicht für Haptic, vielleicht für Mark of J, Exclusive Ace, Grifter, Scum. Egal, wen ihr da feiert, schaut einmal auf Twitter nach, ob es einen Creator-Code für den gibt und gebt diesen Creator-Code ruhig ein. Ihr zahlt dafür nichts extra und der Content-Creator bekommt aber was dafür. Das ist die einfachste Möglichkeit, neben einem Video einfach zu schauen, was ja für jeden von euch kostenlos ist. den Content-Creator damit zu unterstützen. Natürlich werden diese Content-Creator diese Codes jetzt auch in jedem Video promoten, weil sie natürlich davon profitieren. Sollte ich irgendwann einen haben, werde ich das genauso machen, weil es einfach wirtschaftlich sinnvoll ist und die Community, wenn sie Bock drauf hat, jemanden unterstützen kann. Ich fand das Thema ganz interessant und wollte das deswegen heute unbedingt ansprechen. Mehr habe ich heute gar nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt ein bisschen den Eindruck bekommen, was da jetzt für die letzten 1-2 Tage bei Activision los war und was sie ja so Neues implementiert haben. Ich finde es generell erstmal gut, bin aber natürlich immer sehr vorsichtig und skeptisch, wie das jetzt in Zukunft aussieht. Wer bekommt noch welche und erhöht sich vielleicht die prozentuale Summe, die man dadurch irgendwie miterhält. Lasst gerne ein Like da, Leute. Wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da. Ich bin raus. Haut rein.